Aber wenn du sagst, okay, ich will so dieses Mittelfeld, KMUs oder gehobener Mittelstand, weil Mittelstand mit denen Geschäfte machen, weil dort die Sales Cycling kürzer sind, weil ich dort mit den Inhabern direkt sprechen kann und so weiter, ganz andere Beziehungen aufbauen, weniger Politics, weniger Bürokratie und so weiter. Klar, auch diese Zielgruppe oder primär sogar diese Zielgruppe habe ich für meine Kunden in den letzten Jahren akquirieren dürfen. Das ist eine sehr schöne Zielgruppe. Ich liebe den Mittelstand. Aber da wird es bei allen anderen Mittelständlern zu den Verwerfungen geben. Das heißt, unterm Strich wird es eben Budgetknappheit herrschen. Es wird einfach letztendlich Entscheidungen werden vorausgeschoben. Man sieht es jetzt schon teilweise über die letzten zwei Jahre, dass immer wieder Projekte von Jahr zu Jahr verschoben werden. Also es wird bestimmt knapp die Hälfte aller Mittelständler treffen, dass sie quasi, oder es sind bereits schon betroffen, dass sie eben Budgets ein bisschen aufschieben und so weiter. Und das ist halt, da muss man einfach fragen, okay, muss man sich fragen, okay, was biete ich jetzt als Software in Libigl oder IT-Haus denn an? Sind das jetzt Lösungen, die absolut in Schwarze treffen, was den Schmerzpunkt des Mittelstands betrifft? Also ich muss quasi strategisch nochmal überdenken, was sind sozusagen die aktuellen wirklich so krassen Schmerzpunkte des Mittelstands, dass sie gar nicht anders können, als diese IT einzukaufen oder diese Softwarelösungen. Und das sind einige Punkte, da wo es teilweise wirklich so brennt, dass sie gar nicht anders können, als hier zu investieren. Oder sie gehen quasi vor die Hunde. Und es gibt einige, aber ich möchte mal drei nennen. Der erste ist Daten. Also viele mittelständische Unternehmen, zum Beispiel auch produzierende Gewerbe, die haben immer noch das Problem mit den Prozessdaten. Also letztendlich sind so viele Daten produziert und so viel mehr Daten jeden Tag zusätzlich quasi teilweise exponentiell ansteigend, dass sie quasi diese Datenflut nicht unter Kontrolle kriegen, geschweige denn irgendwo einen Datenpool zentral so unterkriegen, dass sich daraus auch intelligente Entscheidungen ableiten lassen. Das ist ein Riesenthema, das wird noch einige Jahre ein Riesenthema bleiben, wenn du dich dort positionierst als IT-Experte, Softwareentwickler, dann kannst du da auf jeden Fall Geschäft machen. Der zweite Punkt ist Mobilität. Also Mobilität ist jetzt auch nochmal durch die letzten zwei Jahre nochmal extremst angehoben worden, aufgrund des ganzen hybriden Workplace. Da hat ja auch Cisco sehr gut verdient und so weiter. Citrix, glaube ich, mit diesen mobilen Workstations und so weiter. Die ganze Laptop-Industrie und so weiter. HP, die ganzen Hardware-Hersteller haben ja quasi sich die neue Nase verdient. Da war jetzt quasi jeder Mitarbeiter, der noch einen zweiten Laptop gebraucht hat und so weiter. Aber auch in der Softwareentwicklung gibt es viele nach wie vor völlig unabhängig von den Krisen Bereiche, insbesondere Instandhaltung, wo quasi Mitarbeiter eben vor Ort wieder sein werden, also mobil unterwegs sein werden und dort immer noch quasi mit leichtem Papier unterwegs sind. Das gibt es tatsächlich noch oder irgendwelche alten PDFs quasi irgendwie ihren Kunden dann da ausfüllen lassen müssen und so weiter. Das heißt, also dort mobile Lösungen, die quasi nahtlos integriert sind mit den Backends und so weiter. Das ist ein ganz großes Thema, ein zweites Thema. Dann möchte ich jetzt vielleicht nochmal ein drittes Thema nennen. Und das ist das ganze Customer Experience. Also Customer Experience, insbesondere hier Marketing, Vertrieb, Service und das ist insbesondere klar, jeder hat irgendwie Marketing, Vertrieb und Service und die meisten haben vielleicht auch schon irgendwelche Tools, aber das Zusammenspiel davon, da tun sich viele Unternehmen noch so unfassbar hart. Die haben dann irgendwie traditionell eine Marketingabteilung, dann haben die traditionell irgendwie einen Vertrieb, die aber so gut wie gar nicht miteinander kommunizieren. Also es ist der Wahnsinn teilweise. Also ich rufe voran, da ist irgendwie im Vertrieb, ja, ich glaube, ein Vertriebsleiter, Regionalleiter oder was auch immer, der da irgendwie seit fünf Jahren bei dem mittelständischen Unternehmen arbeitet und in so einem ganzen Arbeitsleben noch nicht einmal mit einem Marketingmenschen gesprochen hat oder sowas, ja. Und genauso Vertrieb und Service oder Service und Marketing. Obwohl diese Felder eigentlich sehr wichtig sind, dass sie quasi mehr oder weniger nahtlos miteinander verknüpft und vernetzt sind, auch was letztendlich softwaretechnisch Datenverwaltung und Datenaustausch und Datenfluss betrifft, ja. Und dort letztendlich so viel wertvolle Informationen einfach quasi vorrätig sind bei der einen oder anderen Abteilung, die vielleicht für die eine oder andere Abteilung, vice versa, sehr, sehr wertvoll sein würde. Also es gibt teilweise Fälle, da wo eine ganz besondere, eine Person beim Kunden, beim Kunden zum Beispiel, kauft sich eine große Maschine, ja. Dann wird die verkauft, also da geht es um Millionenbeträge, sagen wir mal, Maschinenbau, ja. Und dann wird die quasi vom Verkäufer, wird sie verkauft, aber vom Kundenservicebeauftragten wird sie übergeben. Ja, der Verkäufer, das ist ja quasi Aufgabenteilung, der Verkäufer übergibt dann die Maschine nicht. Und der Empfänger auf Kundenseite der Maschine ist auch wiederum nicht der, der sie gekauft hat. Jetzt ist es so, dass man teilweise die Kontaktdaten derjenigen Personen, die auf Kundenseite, die die Maschine dann letztendlich empfangen und dann auch zum Beispiel eine Einführung brauchen, eine Schulung oder, 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 gar nicht im System erfasst. Ja, und also gar nicht, wer ist diese Person, obgleich ich diese Person von, von, von fortab, also quasi vom Punkt an, wo ich diese wirklich krass teure Maschine verkauft habe, diese Person letztendlich meine wichtigste Person ist beim Kunden. Denn sie nutzt die Maschine, sie wird vielleicht Upgrades kaufen, sie wird ein sehr starker Influencer sein, sie wird entscheiden, ob sie die Maschine gut findet oder nicht, ob der Kunde die Maschine zufrieden ist mit der Nutzung der Maschine und so weiter. Und ich habe also keinen zentralen Datenhub, wo quasi der Kundenservice verknüpft ist mit dem Vertrieb, wo dann jeder weiß, wer ist derjenige, der die Maschine gekauft hat, wer ist derjenige, der die Maschine fährt, der sie empfangen hat, der sie wartet und so weiter und so weiter. Weil da kann ich natürlich dann wieder weitere Serviceverträge und Upsell und Crosssell und alles mögliche Dienstleistungen dann natürlich verkaufen. Und das sind nur drei, drei Dinge, die ich quasi tagtäglich oder wöchentlich immer wieder höre da draußen, wo wirklich krasse, krasse Opportunities sind, gerade insbesondere im Mittelstand noch ein sehr hoher Aufholbedarf ist. Und wo du als Softwareentwickler, Systemhaus, IT-Experte, Agentur und so weiter, sei es jetzt, ob du individuelle Software entwickelst oder Customized Software oder Hersteller dich spezialisiert hast, ist völlig egal. Aber diese drei, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind auf jeden Fall Bereiche, wo du noch sehr gutes Geschäft machen kannst, trotz aller Verwerfungen, die vielleicht da kommen in Zukunft oder sowas oder, keine Ahnung, Budgetaufschieberitis und alles Mögliche und Schuldenkrise, was weiß ich, was es da die ganze Zeit gibt und dann eben noch kommen wird. Ich will jetzt nicht weiter ausführen, es soll jetzt kein politisches oder wirtschaftlich-politisches Video werden. Denn das sind eben Punkte, da wo letztendlich die Unternehmen, die Mittelständler im Zugzwang sich befinden, mehr oder weniger. Und das ist genau da, wo du ansetzen musst, um Geschäft zu machen. Wenn du jetzt quasi mehr über mich erfahren willst, wie ich dir vielleicht weiterhelfen kann, wenn du Vertriebler bist, Vertriebsleiter, Inhaber eines IT-Spezialistenhauses, dann melde ich einfach bei mir, kleinlinusmarketing.com oder thomasklein.consulting, je nachdem, ob du eher mehr Beratung willst oder auch operative Unterstützung. Also ich habe sozusagen eine Agentur und gleichzeitig aber auch, bin auch beratend und tätig. Ja, dann melde dich einfach hier unten oder oben, je nachdem, irgendwo hier findest du da auch einen Link. Ja, je nachdem, wo du das Video jetzt gerade siehst, auf welcher Social Media Plattform auch immer, weder LinkedIn, YouTube oder sonst irgendwo, Facebook oder sowas. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite vielleicht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und so ein paar Terminslots habe ich noch frei. Dann schauen wir mal, wo wir zusammenkommen. Bis dann, ciao. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit acht Mitarbeitern spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits mir dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen.